Oh, ouch. Ja, das wirkt ganz gut gegen die. Das wirkt immerhin auch ganz nett. Du hast jedoch leider nicht mehr genug Mana für nochmal einsetzen. Daher Dummdi dumm. Ja, ich weiß, das ist jetzt gerade übel Cheating. Aber hey, solange es klappt. Ist immer noch aktiv, okay. Das war's. Okay. Jetzt ist Rückzug angesagt. Dann jetzt habe ich keinen Mana mehr und ziemlich angeschlagene Helden. Oh, wer hat den eingeladen? Ernsthaft. Das war meine Regeneration. Noch einmal, bitte. Wenn der da nicht weggeht, könnte das etwas ungemütlich werden. Was hat er noch eigentlich für starke? Das ist nur Wisp-Shift. Cure Disease. Du bist ein Air Magic. Ja, du bist ein Air Magic. Immersibility. Lightning Blast. Shock Shield. Du hast halt immer noch kein Fire Shield, nicht wahr? Ach. Aber Haste können wir dir mal aufmachen. Und einfach mal Haste anmachen. So. Äh, nicht gut. So. Obwohl, sie hat doch einen Fire Spare, der Physical macht. Fireball, Fiery Blast. Nein. War er hier? Fire Burst. Reforging Flame. Fire Arrow, Mage Light. Nein. Ghost Flame. Genau. Ich sollte nur nicht auf mich selber feuern. Hei. Hi. Ja, der Ogre ist ein kleines Problem, was ich hier habe. Was ist eigentlich mit dir mit stärkeren Zaubern? Du hast eigentlich auch Lightning Blast. Lightning Bolt. Aber Lightning Bolt habe ich noch nicht. Da doch, da Lightning Bolt. Wow. Autsch. Okay, Rückzug. Auffüllen. Auffüllen. Und noch hier. Angriff. Au. Ganz ehrlich, wenn der so nah steht, kann ich ihn auch ebenso gut mit dem hier angreifen. Ja, du kannst ruhig anstürmen. Oh, oh. Autsch. Kurz heilen. Dann haben wir vielleicht Glück und das Vieh ist reingekommen. So. Stirb. Ein Ornamentschlüssel ist okay. Okay. Das hat gut reingehauen. Störbe einfach bitte. So, wir haben auch alle Pfeile wieder. Mh. 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 Brängt uns das um? Nein, wir haben noch Fehler für aktiv, Gott sei Dank. Mal kurz warten. Ach, das ist das. Ist das noch seelend noch? Ernsthaft. Mal kurz gucken. Schockschild geht so. Das sollte ich mir für die Zukunft mal merken. Okay. Beim hier rumlaufen kann man sich auch gut in Sackgassen boxieren. Aber zum Glück ist alles schon mittlerweile tot. Hm. Gut, ein Secret. Was haben wir denn da? Ein Warpel... Also erstmal... Das und Mystery Or. Ja. Refinale. Wo habe ich den Refinale Spell? Das ist halt das Blöde. Schock das und das. Und da war der unter Erde. Blades, Transmutation. Require Earth, Air and Fire Magic. Dann könnte ich theoretisch Transmutation anwenden. Ja. Ja. Ich bräuchte... Acht Punkte in Fire Magic. Das wären zwei Levels. Dann könnte ich das Ohr transportieren. Athletics. Hast du nicht. Hast du auch nicht. Hat keiner von uns. Ist also wieder wertlos. Ein Coin. Poison Coral. Und eine Waffe, die wahrscheinlich... Ein bisschen besser ist, oder? Attack Power 20 zu 18. Aqueous C10. Speed. Ist hier rachsamer und habt ne... Das ist was für leiser man eigentlich. Kann aber trotzdem mal mit. So. Mehr sehe ich hier oben auch nicht, was es noch geben könnte. Hier fahre ich nur wieder da runter. Und da... Bin ich immer noch nicht reingekommen. Achso. Das ist immer noch der Fallen May Pass. So. Hallo. Hallo. Ja, wenn der Fury of Slashes keinen Schaden macht, ist das nicht... So. Toll. Edge. Das war Nummer eins. Out of energy. Au. Das war schmerzhaft. Zurück kriegen die die Tür nicht auf. Oh. Das können zurück nur die Mönche. Hi. 3. Ah, das war perfekt. Nein, ich will nicht das Fenster öffnen. Ich will... Einfach nur alles töten. Bevor es mich tötet. Bevor es mich tötet. Das ist nicht so toll, dass du hier draußen bist. Wenn mir jetzt von hinten einer kommt, habe ich ein Problem. Ja. Das ist echt blöd, wenn physische Angriffe keinen Schaden machen. Oh. Oh. Ich meine, im Augenblick haut... Er haut nur mein Blitzer Schaden raus. Bis zum nächsten Mal.